So, willkommen zum heutigen Emmausgang, Ostermontag. Jetzt suche ich wieder Wurstereier und ich habe leider heute kein Wurstereier, weil das hat sich nicht organisieren lassen, aber es muss heute sein, wir suchen hier Schokolade und dergleichen und ich bin echt mal gespannt, was ich hier unter diesen Umständen heute noch so finde. Das gibt es doch nicht, hier ist ja sogar schon noch ein Überraschungsei, aber das hat hier nichts zu suchen, das ist nämlich auch nicht von diesem Jahr, schätze ich mal, das nehme ich gleich mal mit. So, hier steige ich jetzt mal auf den Baum, vielleicht sehe ich ja von oben schon ein bisschen was. Okay, jetzt mal hoffentlich ist hier nicht so viel in dem Dornengestrüpp versteckt, ich habe schon was gesehen, was ist das? Da ist eindeutig was. Okay, was haben wir denn hier? Hula Hula Kokoswaffel, Rittersport. So, hier lag meistens was und ich sehe natürlich schon wieder so ein Überraschungsei, boah, da haben wir aber nichts zu suchen. Ähm, ja, an diesen Löchern hier und was haben wir da? Rittersport, Mahaba, Joghurt, Honig, Nuss, aha. Oh man, jetzt schneidet es auch noch, da hinten scheint die Sonne. Das ist ein Wetter und das, ich muss gleich hier den ganzen Müllaufräumen, ist ja furchtbar. Ja, es schneit. Aber ich habe noch was entdeckt. Rittersport. Buenos Dias, weiße Mango Maracuja. Ja, das ist sehr gut, da kann ich wieder eine Verkostung machen. Rittersport. Ja, werde ich im nächsten Tag auf jeden Fall verkosten. So, ich bin gespannt, ob hier wirklich ein Blut das ist. Hier ist erstmal nichts. Da könnte was sein. Hier könnte überall was sein. Ja, kann ich mal gucken gehen. Ja, die sind noch nicht so ganz perfekt, aber es wird dran gebaut. Äh, ah, was haben wir da? Ja, was haben wir denn da? Ein Radler. Und ich habe schon was wieder gesehen. Seht ihr es auch? Ich weiß nicht, kann man es schon sehen von hier aus? Da ist ein Pilz. Wo ist es hier? Da. Ein Bier. Werdig genauer. So, und hier habe ich letztes Jahr ja auch was gefunden. Das war dann hier oben irgendwo. Das krabbelt. Ach, man sieht es ja jetzt schon von hier aus. Könnt ihr es sehen? Ja. Ja, alles klar. Der Osterhase. Der muss natürlich auch sein. So, und was sehe ich hier zum Abschluss? Da brennt einfach noch eine brennloser Kerze. Die brennt doch. Das ist doch an. Die ist so angezündet, oder? Das ist ja angezündet, siehst du doch. Na gut, das ist ja sehr gut, dass hier eine brennloser Kerze ist. Und dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns dann bei neuen Videos. Tschüss. Hey, Osterhase sind auch noch da. Das ist ja auch noch da. Das ist ja auch noch da. Das ist ja auch noch da. Vielen Dank.